Arrangieren. Arrangieren bedeutet, etwas anzuordnen, etwas gestalten. Man kann zum Beispiel alles für seine Hochzeitsfeier arrangieren. Man kann eine Zusammenkunft gut arrangieren. Man kann auch manchmal eine Reise kurzfristig arrangieren. In der Musik bedeutet Arrangieren auch die Fassung eines Musikstücks so zu bearbeiten, dass ein Chor oder ein Orchester es spielen kann. Und natürlich, man kann sich auch mit jemandem arrangieren, das heißt eine Vereinbarung treffen. Und sehr häufig ist es wichtig, dass man sich auch mit etwas arrangiert. Die Umstände ändern sich. Manchmal kann man die Umstände nicht ändern. Dann muss man sich mit ihnen arrangieren und das Beste daraus machen.